Herzlich Willkommen zum Screencast der Comunado Software GmbH. In den folgenden Videos werden wir Ihnen die Knowledge Management Extensions von Microsoft SharePoint vorstellen. Doch zunächst stellen Sie sich sicherlich die Frage, was Sie für einen Nutzen von den KMEs haben. Die Erweiterungen bieten Ihnen zunächst eine umfassende Wissensmanagement-Funktion. Dadurch brauchen Sie sich kein separates Wiki beschaffen, weil die KMEs die Wiki-Funktionen von SharePoint erweitern und vereinfachen. Das wiederum bedeutet für Sie einen wesentlich geringeren Aufwand, da Sie sich an kein neues Portal gewöhnen müssen und somit bereits mit dem Umgang vertraut sind. Außerdem ist die Erweiterung leicht zu installieren und im Anschluss sofort nutzbar. Um Sie zu überzeugen, stellen wir Ihnen hier kurz zusammengefasst die wichtigsten Erweiterungen vor. Die wichtigsten Erweiterungen fanden im Bereich der Wikis von SharePoint statt. So können Sie nun Tags auf die Wiki-Inhalte vergeben, um deren Kategorisierung und Wiederauffindbarkeit zu verbessern. Zusätzlich erweitern und vereinfachen die KMEs die Verlinkung auf Seiten, Bilder und Dokumente. Außerdem wurden die Wikis um Diskussionen ergänzt, um eine verbesserte Kommunikation zu garantieren. Im Bereich der Suche und Recherche können Sie nun durch die generelle Verschlagwortung, sowie durch die Möglichkeit nach Experten zu filtern, zielsicher gewünschte Inhalte finden. Das Setzen jener Filter ermöglicht die Entstehung eines personalisierten Dashboards, das Ihnen gleich zu Beginn die für Sie relevanten Informationen liefert. Im Folgenden werden wir Ihnen nun die einzelnen Änderungen kurz etwas näher bringen.